Ich glaube, dass ein Hebel von mehr als zwei oder drei, drei bis vier, also ich würde nie einen Hebel von drei bis vier machen. Ich weiß, viele andere würden das anders sehen. Ich halte das teils für verantwortungslos, vor allen Dingen gegenüber Anlegern, die nicht damit umgehen können und die auch einen Bullenmarkt mit Wissen verwechseln. Also ich meine, wahre Helden werden immer nur in Abwärtsphasen geboren und nicht in Aufwärtsphasen. Und es sind die Aufwärtsphasen, in denen die Menschen übermütig werden und dann eben aber genauso schnell abgestraft werden können. Deshalb bin ich vehement dagegen, alles mehr zu machen als ein Hebel von zwei. Jamie Dimon, der CEO von JP Morgan, hat das mal so schön gesagt. Look, wenn ihr für Fritten nicht zahlen wollt, dann wird der Burger einfach teurer. Und das ist in der Finanzindustrie natürlich Stück weit auch so, dass irgendwo wird man schon einen Weg finden, Geld zu verdienen. Und wenn das Volk schreit nach irgendwelchen neuen Trends, dann gibt man ihnen diese Trends. Es muss halt nur nicht unbedingt das beste Investment sein.